Hallo miteinander, ich denke jetzt ist die richtige Zeit mal das auszuprobieren, was ich schon lange einmal versuchen wollte. Wie manche von euch wissen, bin ich ein großer Fan des Zeichnens und zeichne seit Jahren relativ aktiv, weshalb ich unzählige Ordner habe, welche sich mit Zeichnungen nur so stapeln. Ja, ich habe wirklich so viele. Deshalb kam ich auch mal auf den Gedanken, einfach mal einen Zeichenwettbewerb zu machen. Und nachdem die Leute durch den Inktober bereits aufgewärmt sind und durch den NoNotNovember viel mehr Freizeit haben, eignet sich dieser Monat am besten dafür. Und selbstverständlich habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze aufbauen möchte, wozu ich direkt auch schon komme. Zuerst will ich das dann sprechen, was sicher viele wissen wollen. Was genau ist denn jetzt der Preis vom Wettbewerb? Die Preise werde ich an die ersten drei Gewinner vergeben und diese werden mir folgt ausschauen. Der erste Platz bekommt 100 Euro, der zweite Platz 50 Euro und der dritte Platz 25 Euro. Das Geld werde ich in Form von Guthabencodes von Shops wie Amazon, Nintendo eShop, Google Play oder was es sonst noch so gibt vergeben. So wäre es am einfachsten und macht die Sache auch nicht so kompliziert. Welche Guthabenkarte der Gewinner bekommen wird, darf dieser mir dann schreiben. Die restlichen Teilnehmer bekommen leider nichts in der Richtung, außer die Erfahrung und den Spaß, welchen ihr beim Zeichnen haben werdet. Doch was ist die eigentliche Zeichenaufgabe? Da es mein erster Wettbewerb ist, werde ich erstmal kein spezifisches Thema nennen. Was bedeutet, dass ihr relativ frei seid, welches Motiv ihr nehmt. Doch was ihr dafür zeichnen müsst, ist Rika. Also den Charakter, welchen ihr immer wieder auf meinem Kanal seht, egal ob YouTube oder Twitch. Dabei könnt ihr sehr kreativ sein. Man sollte nur erkennen können, dass es Rika ist. Damit ihr eine bessere Vorstellung habt, habe ich euch mal so eine grobe Charaktervorlage gezeichnet. Einmal den Kopf in verschiedenen Ausrichtungen und einmal den Körper aus drei Perspektiven. Wie gesagt, seid ihr relativ frei, was das Zeichnen angeht und ihr dürft euch auch einen Arzt aussuchen oder euren eigenen verwenden. Nur es gibt kleine Regeln, die ihr beachten müsst. Einsendungen mit Sexualisierung und exzessiver Gewalt werden nicht angenommen, damit alles in einem gewissen Rahmen bleibt. Gebt dem Bild auch einen Titel, damit ich es besser einordnen kann. Und gebt auch einen Künstlernamen an, damit ich den Namen des Künstlers nennen kann. Jeder darf übrigens nur ein Bild einreichen, damit man nicht im Vorteil gegenüber anderen ist. Und das Bild muss übrigens von euch selbst gezeichnet werden. Und nicht über AI. Nur um das doch mal klarzustellen. Einsendungen können ihr eure Werke bis zum 30. November 2023 um 20 Uhr. Nachdem ich alle Einsendungen erhalten habe, werde ich ein Video machen, wo ich alle Bilder einzeln öffentlich zeige. Und den Gewinner werde ich nicht selbst ermitteln, da ich ungern die alleinige Entscheidung darüber haben möchte, wer gewinnt und wer nicht. Und mir niemand Vorwürfe machen kann, dass ich Person X oder Person Y bevorzugt habe. Stattdessen werde ich ein System entwickeln, womit alle mitentscheiden können. Jeder hat drei Stimmen, welche er seine drei Favoriten vergibt. Und anhand der Anzahl der Stimmen werde ich dann die Einsendungen mit den meisten Stimmen zu den Gewinnern des Wettbewerbs machen. So entscheidet die Mehrheit, wer diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und ich denke, damit wird jeder einverstanden sein. Und wie könnt ihr die ganzen Bilder einreichen? Am besten schickt ihr mir diese über Social Media. Sei es Instagram, Twitter oder auch Discord per DM. Oder ihr schickt mir die Einsendung über die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wenn ihr übrigens meint, dass ihr nicht zeichnen könnt und deshalb nichts einreichen wollt, dann kann ich euch nur sagen, versucht es mal. Vielleicht seid ihr doch besser, als ihr denkt. Und ich will euch nicht den Kopf verpreisen für das, was ihr gezeichnet habt. Es sollte zwar etwas mehr sein, als einfach nur ein Strichmännchen, aber im Endeffekt habt ihr nichts zu verlieren. Jede Einsendung ist hier gerne gesehen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Wettbewerb im Internet verbreitet, um so viele Teilnehmer wie möglich anzulocken. Denn je mehr wir sind, desto mehr Freude haben wir daran. Abonniert gerne den Kanal, um auf den Laufenden zu bleiben. Übrigens, der Content wird im November ganz normal weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses gemeinschaftliche Community-Projekt. Na dann holt eure Stifte heraus und beginnt mit dem Zeichnen. Vielen Dank.